Was ist der Schimpfswagen? Hallo, mein Name ist Mustafa Sari. Ich arbeite als Projektmanager bei der GRTX. Eines unserer Neubauprojekte ist aktuell der Schimpfswagen. Der Schimpfswagen ist speziell für den Transport von Stahlcoils, für die Automobilindustrie unter anderem. Damit arbeiten wir auch an unserer Flottendiversifizierung. Die hinten aufgeführende Lime Green Plane sorgt dafür, dass das Produkt komplett während des Transports trocken bleibt. Im Laufwerk haben wir auf bewährte Technik gesetzt. Der Wagen ist gewichtsoptimiert und hat damit einen höheren Nutzen für den Kunden. Weiter haben wir mit den Kunden speziell die Coilfixierung optimiert, so dass wir mit verschiedenen Möglichkeiten die unterschiedlichen Coilbreiten am Wagen fixieren können. Auch das Thema Digitalisierung ist nicht an uns vorbeigegangen. Der Wagen ist intelligent und verfügt über Telematik sowie Beladungssensoren.